Warum heißt es eigentlich im Volksmund, dass man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kann? Beide gehören sie zur Kategorie Obst. Um genauer zu sein, gehören sie zur Kategorie Kernobst. Auf dieser Basis könnte man sie also schon vergleichen. Suchen wir noch weitere Gemeinsamkeiten. Okay, befinden sie auch beide in Deutschland. Und beide auch geschichtlich vollkommen unabhängig. Als die Römer hier waren, gab es schon Äpfel und Birnen. In der Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gab es auch schon Äpfel und Birnen. Zu Kaiserszeiten gab es auch schon Äpfel und Birnen. In dem kurzen dunklen Zwischenspiel der Faschisten gab es sie auch. Naja, und auch in unserer jüngeren Geschichte mit BRD und DDR gab es ebenfalls Äpfel und Birnen. Im Osten wie im Westen. Also man kann auf gewisse Weise schon Äpfel mit Birnen vergleichen. Und genau das habe ich jetzt vor. Yesterchips Folge 7. Es ist der, Moment mal, 24. Oktober im Jahr 23 nach der Deutschen Videovereinigung. Viel Spaß! Deutschland. Wir sind in der Welt ja durchaus für einiges bekannt. Für unsere Autos, für unseren seltsamen Klamotten Geschmack. Für die Sachen, die wir so in uns hineinschaufeln. Aber wenn es zu dem Thema Spielekonsolen kommt, naja, da sind wir irgendwie so überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Dabei gab es tatsächlich Spielekonsolen komplett made in Germany. Und sie sollte in der Hauptsache dem Konkurrenten Atari 2600, welcher in dieser Zeit immer beliebter wurde, auf dem Markt Konkurrenz bieten. Lange Zeit konnte sich die Interton jedoch nicht halten. Recht schnell war ihre Technik überholt und Interton zog sich wieder aus diesem Geschäft zurück. Das Unternehmen Interton gibt es noch heute. Allerdings stellen sie heute Hörgeräte her. Vielleicht sind sie dort auf diesem Segment auch besser aufgehoben. Die Interton VC 4000 gilt als Spielekonsole der zweiten Generation. Das bedeutet, eines ihrer Hauptmerkmale sind die austauschbaren Spielemodule. Insgesamt waren mal 40 Module angedacht gewesen. Im Endeffekt tatsächlich erschienen sind aber nur 37 Spiele. Und eine kleine Besonderheit zu diesen Spielen, sie wurden nicht unterschieden durch ihre Namen, sondern schlichtweg durch ihre Nummerierung. Die andere Spielekonsole, die sich als komplett made in Germany bezeichnen darf, ist die RFT BSS 01. Wobei das BSS für Bildschirmspiel steht und 01 für die erste Generation. Gebaut wurde diese Konsole im Kombinat Mikroelektronik Erfurt zwischen 1980 und 1984. Sie gilt als eine Konsole der ersten Generation. Das heißt, sie hat fest eingebaut Spiele, keine Wechselmodule. Es war für sie sogar ein Nachfolger gedacht gewesen, die BSS 02. Nur, naja, wie es damals halt eben so oft war, Technik war knapp und im Regime waren damals offensichtlich Radiowecker wichtiger als eine zweite Spielekonsole. Naja, wenn diese Radiowecker an der richtigen Stelle auch mal geklingelt hätten, dann hätte es die DDR vielleicht doch etwas länger gemacht. Und diese beiden Konsolen, wenn es auch jetzt etwas unfair klingt, eine Erstgenerationskonsole gegen eine Zweitgenerationskonsole antreten zu lassen, die möchte ich jetzt mal vergleichen. Denn sie haben die gleiche Basis wie die Äpfel und die Birnen. Es sind beides Spielekonsolen und sie sind beide made in Germany. Doch bevor die Spiele beginnen können, erstmal der Doping-Check. Und zwar für beide Kontrahenten. Zunächst die RFT BSS 01. Hier schauen wir unter die Kunststoffverkleidung und wir sind gleich zu Beginn. Wir haben hier Schlitzschrauben verbaut. Ein ganz klarer Kontrapunkt gegen die Interton VC 4000. Dort werden wir nämlich später feststellen, dass dort Kreuzschrauben verbaut worden sind. Ein Blick ins Innere verrät, hier wird nicht mit gezeigten Karten gespielt. Wir haben eine Platine, auf der spielt sich alles ab. Rechts der Trafo und links der Lautsprecher. Die RFT will eben nicht Gefahr laufen, ihren brillanten Sound an einem möglicherweise schlechten Fernsehgerät zu verlieren. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Wir schauen ganz genau hin und nehmen die Platine aus dem Gehäuse. Wir sehen hier, es ist alles direkt auf dieser Platine verbaut. Sämtliche Bedienungsknöpfe. Es ist nichts irgendwo ausgelagert oder verwirrend an der Geschichte. Alles ist auf einem Wort vereint. Doch was sehen wir da? Dieser AY-Chip. Da mittendrin. Das Herz von allem. Westware. Hoffentlich hat das nicht jeder mitbekommen. Ansonsten auf der Platine nichts, was auf Doping hinweist. Hier oben der RF-Modulator für das Bild und die restliche Elektronik. Die ist dafür da, dass das Bild irgendwie ankommt und dass die Musik da irgendwie rauskommt. Ansonsten alles robust, solide und grundehrig. Äh, ehrlich. Natürlich hat die BSS besondere Alleinstellungsmerkmale. Zum Beispiel einen komplett losen Lautsprecher. Dieser liegt in seiner Fassung und wird von diesem Gumminupsi hier im montierten Zustand in seiner Position gehalten. Wir werden das während der Wettspiele sehr genau beobachten. Und hier die erste Beobachtung sehr spezieller Technik. Die Zugentlastung der Controller. Marke machen Knöten? Nein! Und auch die Controller selbst müssen natürlich zur Prüfung. Denn sie sind ein elementares Bestandteil der späteren Vergleichsspiele. Also schauen wir uns das Ganze von innen mal an. Und wir sehen hier einen ganz einfachen Potentiometer. Und auch hier wieder die Zugentlastung. Einfach aber extrem wirkungsvoll. Und dafür gibt es im Vorfeld schon mal einen Gummipunkt. Die RFT BSS-01 hat also den Doping-Test bestanden. Und jetzt ist die Interton VC-4000 dran. Der Wessi bekommt natürlich keine Sonderbehandlung. Auch ihm schauen wir ganz genau unters Plastikkleid. Und wie vorhin gesagt haben wir hier den Beweis. Die Interton setzt auf Kreuzschlitzschrauben. Eine generelle Inkompatibilität der Systeme wird auch hier klar forciert. Ob dies politisch gewollt war? Der Deckel wird langsam gelüftet. Und was entdecken wir da rechts oben? Pfui! Schande! Ein AV-Mod-Marke Circuitboard. Naja, wenn wir gerade dabei sind. Wenn jemand für die BSS-RF... äh andersrum. Wenn jemand für die RFT BSS-01 ein AV-Mod parat hat, bitte mir Bescheid geben. Zu den inneren Werten der VC-4000. Die CPU ist eine Signetix 2650A mit ungefähr 0,9 MHz. Arbeitsspeicher. Gnadenlose 37 Bytes. Nicht Kilo, nicht Mega. Nein, Bytes. Und hier der große Unterschied und möglicherweise auch einzige mechanischer Schwachpunkt einer jeden Zweit-Generations-Spiele-Konsole. Der Modul-Slot. Die Kontakte verranzen nämlich gerne mit der Zeit und dann funktioniert es nicht mehr so richtig. Und noch ein Blick auf die Controller. Und hier gibt Interton mächtig Gas. Ein Controller mit einem analogen, sich selbst zentrierenden Joystick und 14 Funktionstasten. Damit könnte dieser Controller beinahe der PlayStation-Konkurrenz machen. Nur leider sind diese Gummitasten vollkommen gefühlslos. Man spürt keinen Druckpunkt und hat somit keine Ahnung, ist der Knopf nun gedrückt, nicht gedrückt oder ausgelutscht? Sowohl Controller als auch Stromanschluss sind Interton Eigenkreationen. Sie sind zwei Idioten sicher, denn sie passen alle nur in eine Richtung hinein. Aber ganz klar, hier ist auch wieder der Unterschied der Systeme in den Vordergrund gestellt worden. Zeitgenössisch gnadenlos übertrieben, das wunderbare Artwork auf den Spieleverpackungen. Bei diesem Anblick, da könnte man Wunder meinen, was da für ein gewaltiges Spiel auf einen zukommt. Ja, im Endeffekt soll es dann ein Flipper sein. Werfen wir mal einen Blick ins Innere einer solchen Spieleverpackung. Hier der Nummer 23 und wir haben hier rechts das Spielemodul und links haben wir diese hübschen Papp-Einlege für die Controller. Denn sonst würde man überhaupt nicht wissen, für was diese ganzen unzähligen Knöpfe da unten gut sind. Man kann diese Pappeinleger herausnehmen, auf den Controller auflegen und schon sieht man, welcher Knopf für welchen Flipper in diesem Fall gedacht ist. Beide Konsolen haben damit den Doping-Test überstanden und das heißt, die Spiele können beginnen. Zur Ehrerrettung der BSS-01 sei an dieser Stelle aber noch mal ganz klar gesagt, dass diese AV-Anschlüsse hier an der VC-4000 nachträglich installiert worden sind. Normalerweise hat nämlich die Interton VC-4000 genauso wie die RFT-BSS-01 lediglich, oder was heißt, das war damals State of the Art, einen RF-Ausgang, also ein Kabel mit einem Antennenanschluss, welcher das analoge Antennensignal von der Konsole in den Fernseher überträgt. Wer gerne den AV-Mod der VC-4000 nachbauen möchte, der kann das im Circuitboard nachlesen. Runde eins, die Inbetriebnahme. In dieser Disziplin müssen die beiden Konsolen beweisen, wie leicht oder auch wie schwer es ist, sie in Betrieb zu nehmen. Den Anfang macht die RFT-BSS-01. Sie kommt äußerst kompakt daher, hat ihre beiden Bedienpaddles ordentlich aufgeräumt, die dazugehörenden Kabel sind ordentlich verstaut. Das Netzkabel sieht recht lange aus, es ist fest angeschlossen und daneben das RF-Kabel zum Anschluss an den Fernseher, scheint ebenfalls eine ordentliche, Länge zu haben. Im Endeffekt, alles was man machen muss, eine Steckdose finden, Kabel rein, das RF-Kabel an den Fernseher anschließen, Kanal 3 einstellen, einschalten und sofort ist die BSS-01 betriebsbereit. Damit hat der Osten mächtig vorgelegt, gleich in der ersten Runde ein ernstzunehmender Gegner. Schauen wir mal, was die VC-4000 hier macht. Die VC-4000 kommt auf den ersten Blick genauso aufgeräumt hinterher, wie die RFT. Ihre Kontrolle sind ebenfalls aufgeräumt, aber es gibt da einen kleinen Abzug in der B-Note, denn ihre Kabel fliegen wild in der Gegend herum. Und auf den zweiten Blick, um Gottes Willen, wer hat sich denn das einfallen lassen? Steckernetzteil, okay, es ist klobig, hin oder her, aber warum, um Gottes Willen, ist der Netzanschluss an diesem Steckernetzteil fast in der Mitte? Hier mal zum Vergleich, ein normales Steckernetzteil, in diesem Fall von SEGA. So wie man es gewohnt ist, der Netzanschluss befindet sich im oberen Bereich des Trafos. Bei Interton kann man schein irgendjemand auf die Idee, den Anschluss in die Mitte zu setzen. Was das für Auswirkungen hat, sehen wir hier an dieser dreifachen Mehrfachverteilung. Steckt man das Netzteil der Interton in die Mitte, da sind beide anderen Steckdosen vollkommen unbrauchbar. Also, das muss ganz klar Abzüge geben. Ansonsten gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Bei der RFD sind die Kontrolle fest installiert. Bei der VC-4000 muss man darauf achten, dass die Kontrolle angeschlossen sind. Genauso wie das Netzkabel, das kann auch gesteckt werden. Also im Zweifelsfall kann es auch hier kleinere Probleme bei der Inbetriebnahme geben. Ansonsten, wenn alles geschafft ist, wenn der Strom endlich fließt und der Fernseher angeschlossen ist, dann kann es auch hier losgehen. Aber unterm Strich muss man sagen, alles an allem, Runde 1 geht an den Osten, geht an die RFT BSS 01. Und damit steht es 1 zu 0 für Deutschland. Nach dieser Schlappe dürstet es den Kapitalisten natürlich nach Rache. Und die nächste Kategorie scheint ihm hier genau in die Karten zu spielen. Ringfrei für Runde 2, Audio und Video. Jetzt trumpft Interton richtig auf und schickt die VC-4000 ins Rennen mit Farbe. Es ist zwar dennoch nur Klötzchen-Grafik, also das gleiche, was auch die RFT BSS liefert, aber wir haben hier ganz eindeutig den großen Farbvorteil. Doch selbst wenn wir diesen Farbvorteil herausnehmen würden, schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren, auf dem Bildschirm mit der VC-4000. Hier ist einfach mehr los, hier ist mehr Bewegung drin und dank der austauschbaren Spielemodule ist auch wesentlich mehr an unterschiedlicher Action gegeben. Ja, also beim besten Ding, hier kann die BSS 01 wirklich nicht mithalten. Gehen wir in die andere Unterkategorie, gehen wir zum Sound. Hier ist es ja wie gesagt so, dass die BSS ihren eigenen Lautsprecher mitliefert, um eventuelle schlechte Soundwiedergabe von Fernsehgeräten zu umschiffen. Aber auch hier hat Interton ein Ass im Ärmel und dieses Ass heißt, tja, VC-4000. Denn neben dem allgemeinen Piepsen und in anderer Tonhöhe Piepsen kann die VC-4000 auch rauschen. Hört sich das mal an. Und jetzt ist es auch ganz klar, Ende von Runde 2, sagen wir mal, es ist der Rauscher-Joker des Westens. Die VC-4000 schafft hier den Ausgleich. 1 zu 1. Äh, für Deutschland. Die nächste Challenge ist aktuell wie eh und je. Damals in den 80er Jahren hat es wohl weniger eine Rolle gespielt. Im Westen hatte man einfach Geld für Strom und im Osten spielten Strompreise zumindest offiziell keine Rolle. Hier kommt die Runde Nr. 3, Energieverbrauch. Es beginnt die Interton VC-4000. Uns interessieren hierbei Standby-Stromaufnahme als auch die Stromaufnahme im laufenden Betrieb. Als qualifiziertes Messmittel kommt hier ein Ampermeter des hochqualifizierten Messgeräteherstellers Chibo zum Einsatz. Standby-Stromaufnahme der VC-4000. 0,05 Ampere. Damit ist die Messlatte gelegt für den Standby-Betrieb. Aber ist das nur ein Blenderwert? Wir müssen selbstverständlich die Konsole auch in Betrieb nehmen, um zu sehen, ob sich nicht vielleicht doch ein heimlicher Stromfresse hinter dieser westdeutschen Kapitalisten-Konsole verbirgt. Und siehe da, tatsächlich. Der Stromzeiger zuckt ein wenig. Ein Digit nach oben. 0,06 Ampere Stromaufnahme für die VC-4000. Und nun die BSS 01. Und der Sozialist punktet gleich zu Beginn. Er hat keine Standby-Stromaufnahme. Kein heimlicher Stromfresser. 0,00 Ampere zeigt unser Chibometer. Und jetzt nehmen wir die Kiste in Betrieb. Ja, glaubt man es denn? Darf das denn wahr sein? Stromkosten spielten offiziell nicht nur eine Rolle. Ganz offensichtlich war es auch überhaupt nicht von Nöten gewesen. Denn die Geräte von RFT brauchen keinen Strom. 0,00 Ampere. Nach wie vor, die Konsole läuft und sie braucht keinerlei Strom. Vermutlich war dieser Netzstecker nur von der Partei so gewollt gewesen. Nötig jedenfalls wäre er nicht. Diese Konsole braucht keinen Strom. Ein weiterer Punkt für RFT. Interton ist schwer angeschlagen. Und die nächste Kategorie dürfte hier auch schwierig werden. Es geht um Leichtbau. Es geht um das Thema Gewicht. Es geht darum, ob man die Konsolen überhaupt vom Boden wegkriegen kann. Runde 4. Gewicht. Vom international hochgeachteten und von verschiedenen Instituten ausgezeichneten Präzisionswagenhersteller Aldi Süd stammt das hier eingesetzte Messmittel, auf welchem der erste Kandidat, die RFT BSS 01, Platz nimmt. Komplett einsatzbereit bringt sie 1170 Gramm auf die Waage. Und zur Verdeutlichung, dass hier nicht geschummelt wird. Wir nehmen die Konsole wieder herunter und die Waage geht, wie erwartet, auf die Nullposition zurück. Nun zum Kontrahenten aus dem Westen. Interton VC 4000. Und das Interton-Lager jubelt schon 945 Gramm. Aber nein, nein, zu früh gefreut. Denn selbstverständlich muss die Konsole im spielfähigen Zustand auf der Waage sein. Gleiches Recht für alle. Und damit ist der schöne Traum von diesem Punkt schon dahin. 1189 Gramm. Und es wird noch schlimmer. 1433 Gramm. Fast so viel wie der Sprengkopf einer Pershing 2. Hier kommt noch das Netzteil. 1926 Gramm. So kann man mit der Interton noch nichts anfangen. Wir müssen mindestens noch ein Modul dazu legen. Gott stehe uns bei. 2001. Ein bemerkenswerter Science-Fiction-Film damals. Aber das hier ist keine Odyssee im Weltraum. Und es ist auch keine Magnavox Odyssee. Nein, es ist die fette, schwere, klobige Loser-Konsole von Interton. Und der Punkt geht auch wieder. Hochverdient an RFT. Eigentlich könnten jetzt schon die imperialistischen Kapitalistenschweine nach Hause fahren. Denn sie können nicht mehr gewinnen. Es gibt nur noch eine einzige Runde. Aber, wie es der Opa immer gesagt hat, die Toten werden nach dem Krieg gezählt. Und deswegen geht es jetzt in Runde 5, wo Interton eigentlich einen Vorteil haben müsste. Denn es geht um die Materialschlacht. Es geht um das, was eigentlich immer zu kurz ist an Konsolen. Die Kabel. Also die Kalaschnikows durchgeladen für Runde 5. Zwei Kabellängen werden verglichen. Controller und Netzkabel. Und es geht los mit den Kontrollen. Links sehen wir die RFT und rechts sehen wir Interton. Es geht los. Beide Kabel. Gleich an gleich. Wir erkennen links den Materialmangel im Osten. Ein sehr dünnes Kabel. Rechts ein dickes, fettes, angeberisches Kabel aus dem Westen. Und es geht weiter nach unten. Wir folgen nach unten. Die Schwerkraft zieht zerrt an beiden. Aber es steht mit... Nein! Oh, Schande! Pfui! Darf es das denn geben? Interton kackt hier schon wieder ab. Um des Kontrollers Länge, sozusagen, verliert sie auch hier in dieser Disziplin. Zoomen wir gerade mal raus. Schauen wir uns die komplette Länge an. Von diesem grandiosen Verlust schon wieder von Interton. Man muss sich ja schämen, dass man aus dem Westen kommt. Sehen Sie sich das an. Ja. Diese Bilder sagen leider alles. Also auf zum nächsten Vergleich. Stromkabel. Und die Vessis haben schon aufgegeben. Sie ahnen, was hier passiert. Es ist wieder die gleiche Startaufstellung. Links in Grau. RFT. Und rechts in Schwarz. Interton. Und es geht los. Und diesmal ist es sehr lang. Die Kabel sind sehr lang. Sie strecken sich an unserer Maßtür nach unten. Immer weiter. Es ist noch kein Ende zu sehen. Nichts in Sicht. Und es geht weiter. Und es geht weiter. Nach unten. Nach unten. Und... Ach du liebe Zeit. Schon wieder da hängt das globige Netzteil von Interton. Und links. Der aerodynamische Stecker von RFT. Nein. Also noch deutlicher kann man wirklich nicht verlieren. Das ist der finale Treffer von Sparwasser. Nee. Von RFT. Und die Geschichte ist vorbei. Da kann der Westen seine Siegesfahne über die Klappleiter hängen. Wie er will. Hier ist nichts mehr zu machen. Hier ist nichts mehr zu holen. Es ist ganz klar. Soll den Imperialisten doch die Welt gehören. Aber um eine Konsole zu designen. Und dazu sind sie einfach zu doof. Ja meine Damen und Herren. Das war's. Grandiose Sieg von... Aber was ist das? Was ist das? Ach du liebe Zeit. IM Red Zora ist auf den Plan getreten. Reißt die westdeutsche Fahne herunter. Und was macht er da? Was macht er da? Was passiert da oben? Was ist das? Er fummelt an dem RF-Kabel herum. An dem RF-Kabel der RFT. Ein komisches Namenspiel. Und er wirft das Kabel nach unten. Und das Kabel... Es klatscht siegesicher herunter. Bis auf den Boden. Ja da freute sich selbstverständlich der Genosse. Und ja. Das ist jetzt quasi die letzte Demütigung für den Westen. Das RF-Kabel ist länger als unsere Prüfstrecke überhaupt angelegt ist. Der RF-Stecker, er liegt da unten schlaff auf dem Boden auf. Und damit wär's das nun wirklich final von uns gewesen. Die BSS 01 ist die beste deutsche Konsole ever. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich dafür interessiert haben. Und mit diesen wunderbaren Bildern hier sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Zurück ins Funkhaus. der R腿. Der R audience ist also vorher FryDanke-Zay-Todel. Zugegebenermaßen war diese Folge nicht besonders repräsentativ und gewiss auch nicht sonderlich seriös. Aber scheiß drauf, wenn es doch schon mal zwei Spielekonsolen gibt, die komplett aus Deutschland stammen und dann auch noch aus der seltsamen Zeit des Kalten Krieges, dann kann man die Sache doch auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Die Engländer sagen, wenn die Deutschen nicht endlich lernen, über ihre eigene Geschichte zu lachen, dann werden sie nie darüber hinwegkommen. Also, lachen wir doch mal drüber. Aber gut, dann zum Ende noch ein paar Daten zu den beiden Konsolen, die ein wenig nutzbringender sind. Die 1978 veröffentlichte Interton VC 4000 ist kompatibel zu dem später erschienenen Grundig Superplay Computer 4000, was im Prinzip eine baugleiche Konsole darstellte und kostete damals etwa 500 DM, was heute in etwa 450 Euro entsprechen würde. Bemerkenswert ist, dass die Konsole bereits 1974 gebaut worden ist. Verkaufsstart war allerdings erst 78. Und 1982 war es dann schon wieder vorbei gewesen mit der VC 4000. Die Spielemodule der 8-Bit-Konsole lagen kostenmäßig bei 40 bis 50 DM. Dabei handelt es sich um reine ROM-Module. Das bedeutet, dass man Spielstände oder Highscores darauf nicht speichern kann, was aber für eine Spielekonsole der zweiten Generation absolut normal ist. Denn eine Atari 2600, damals State of the Art, konnte das auch nicht. Die wichtigsten Bauteile auf dem Board waren die anfänglich von Signetix stammenden Prozessoren 2650 A als Hauptprozessor und als Grafikprozessor der Signetix 2636, welcher immerhin eine Auflösung von 128 x 200 Pixel geschafft hat. Dieser Grafikchip schaffte immerhin respektable vier Sprites auf dem Bildschirm, welche unterschiedliche Farben haben konnten. Der Sound der Konsole beschränkte sich auf drei unterschiedliche Geräusche, die nicht modulierbar waren. Das heißt im Endeffekt, es knallte, es piepste und es rauschte. Im Großen und Ganzen ist die Interton VC 4000 ein Kind ihrer Zeit und machte zumindest damals ein richtig gutes Bild. Heute steht natürlich außer Frage, wer Konsolen sammelt, der muss die VC 4000 haben. Vom VEB-Halbleiterwerk Frankfurt-Oder und dem Kombinat Mikroelektronik Erfurt stammt die RFT BSS 01, die erste und einzige Spielekonsole der Deutschen Demokratischen Republik. Vertreterweise jedoch war diese Spielekonsole in erster Linie nicht für den Privathaushalt gedacht. Wenn sie denn überhaupt zum Einsatz kamen, dann in öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Jugendzentren. Die vier fest eingebauten Spiele basieren allesamt auf dem Punktprinzip. Das heißt, es gibt einen Ball und es gibt verschiedene Schläger, mit denen dieser Ball über das Spielfeld gespielt wird. Das einzige Spiel, welches als Singleplayer ausgelegt ist, ist Pilota. Alle anderen Spiele sind komplett für zwei Spieler gedacht. Hier merkt man auch so ein bisschen den sozialistischen Anreiz dazu. Du sollst nicht alleine spielen! Die BSS 01 war käuflich erwerblich für 550 Mark. Und damit war die Konsole, wenn man davon ausgeht, dass die Mark der DDR und die D-Mark die gleiche Kaufkraft hatten, sogar etwas teurer als die VC 4000. In der Hauptsache dürfte das daran gelegen haben, dass die allgemeine Materialknappheit hier natürlich auch zugeschlagen hat. Und eben das ist auch für Sammler hochinteressant, denn die BSS 01 kommt nicht immer gleich daher. Es gibt Unterschiede in den Farben ihrer Tasten. Das Modell, welches ich hier habe, ist eines der weiterverbreitetsten, mit dem einen roten Ein- und Ausschaltknopf. Und die restlichen Knöpfe sind schwarz. Es gibt aber auch noch ein paar wenige Konsolen, bei denen die Spielwahl-Tasten in Orang-Skalen sind. Je nachdem, was halt eben gerade verfügbar war. Da die meisten Fernsehgeräte in der DDR sowieso nur für schwarz-weiß ausgelegt waren, war es für die Spielekonsole überhaupt nicht nötig, ein Farbsignal auszugeben. Und entsprechend kommt sie auch mit schwarz-weiß daher. Die vier fest installierten Spiele kann man in unterschiedlichen Einstellungen spielen. So kann man zum Beispiel jederzeit während des Spieles die Größe der Schläger verändern. Mit einer anderen Taste kann man den Ablenkwinkel des Balles beeinflussen. Und mit einer weiteren Taste lässt sich die Geschwindigkeit des Balles beeinflussen. Wenn man also mal der Meinung war, es wäre zu einfach, so hatte man doch einige Möglichkeiten, den Schwierigkeitsgrad zu steigern. Was mir noch aufgefallen ist... Ich habe instinktiv nach dem linken Paddel gegriffen, in der Meinung, dies wäre der Player 1. Näh, weit gefehlt. Es ist der rechte. Ob das halt eben jetzt politisch auch so gewollt war, sei mal dahingestellt. Aber es ist mir immerhin aufgefallen. Mal abgesehen von dem US-amerikanischen Hauptprozessor AY, welcher die ganze Konsole überhaupt zum Laufen gebracht hat, muss ich unterm Strick sagen, dass ich die BSS-01 insgesamt als wirklich gelungene Konsole empfinde. Als die Kiste hier eingetroffen ist, habe ich erstmal eine halbe Stunde davor gesessen und habe sämtliche, wenn auch augenscheinlich so langweilige Spiele ausgiebig durchgetestet. Ja, und wer sich die VC-4000 nach Hause holt, der muss dran denken, wer A sagt, muss auch B sagen, wer Äpfel sagt, der muss auch Birnen sagen. Also auch die BSS-01 zu legen. Im Verhältnis zu damals ist sie heute gar nicht so teuer. Ja, und das wäre es jetzt für diese Folge der Yesterchips. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Diesmal war es ein wenig anders gewesen wie gehabt. Und vielleicht habt ihr auch gemerkt, dass das Thema Amiga überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Aber beim nächsten Mal, da geht es wieder in die Richtung des Commodore Amiga. Was genau ich da jetzt aufnehmen werde? Ich weiß es noch nicht so genau. Ich habe da verschiedene Ideen. Mir sind auch einige Ideen zugetragen worden. Vielen Dank dafür. Ich möchte allerdings an der Stelle sagen, ich will die Yesterchips nicht komplett als Wunschkonzert auslegen. Denn als erstes muss ja ich erstmal kapiert haben, um was es überhaupt geht, bevor ich darüber ein Video machen kann. Wer nicht bis zur nächsten Folge der Yesterchips warten möchte, mit Anfragen, Ideen, Infos, sonst irgendwas, der kann gerne den Weg beschreiten, den schon andere beschritten haben. Meine Mailadresse ist mic.amiga1200.de Ja, oder in den Foren suchen Forum64, A1K, Circuitboard oder im alten Herrenclub vom Computerclub2, cc2.de. Dort bin ich jeweils als Mic zu finden. Jo, das wäre es gewesen. Über Kommentare jeglicher Art freue ich mich. Nur erwartet bitte nicht, dass ich mich über irgendwelche Kritik ärgern werde. Ich wünsche euch was und tschüss. Wie hier nicht. Ich wünsche euch Besuch, wie hier im Bereich живet ist. Vielen Dank.